Dem heute nichts war, tagsüber, hatte ich gedacht, es legt sich... okay. Das ist blöd. Irgend so ein komischer Fleck. Wie gesagt, keine Ahnung, ob ich alle Dinge davon brauche. Das weiß ich nicht. Achso, Steine hatte ich da eben, ne? Und Kohle und sowas. Genau, kommt jetzt hier noch die Kohle rein und die Steine. Und Holz. Dann mal da rein mit Rinde und geformtes Holz. Das Zwirn kommt hier unten rein und... Also... Dann rein. Ich habe vor zwei Monaten extra eine neue Fritzbox gekauft wegen den Discos. Vielleicht lag es ja gar nicht an der Fritzbox. Reparieren. Ich brauche... 23 Barren? WTF. Und das? Zwölf. Okay, nur. Nur. Alter. Für ne... Ich sollte vielleicht noch ein bisschen Eisen sammeln, wenn ich hier schon alles verbrauche. Reparieren. Da ist sie schon richtig kaputt. Kühlschrank ist so richtig hier oben. Für mich sieht das eher aus, als würde da irgendwas rauslaufen, aber es soll Eis sein an der Tür, das gefroren ist. Gut, ich habe jetzt genug zu essen und zu trinken. Ich gehe mal los. Ich habe zwar noch so richtig keinen Plan, auch da ist Kohle nachgespawnt. Yippie! Was ich brauche... Ich habe mich erst mal satt. Und ich habe keinen Durst. Und ich bin hochgeheilt. Ich bin eigentlich ganz glücklich. Warte mal, Eisen war doch... Drüben. Danach war es halt zwei Monate Ruhe und plötzlich geht es wieder an. Was soll man da denken? Ne Ahnung. Ich würde einfach mal dort anrufen. Hast du schon mal den Teleporter probiert? Ne, noch nicht. Aber ich habe ihn schon entdeckt. Ich habe erst mal versucht, mich wieder zurechtzufinden in dem Spiel. Ich würde auch ganz gerne mein Pferd holen nachher. Ups. Ich suche mir jetzt hier einfach noch ein bisschen Eisen. Ich habe doch gerade Eisen gesehen. Oder? Bin ich blind gewesen? Hab mir das eingebildet. War so an einem... Hey, komm. Da. Da. Da? Da. Ha. Ich habe schon gesehen, dass ihr das Teleport-Tier-Netz gut ausgebaut habt. Oder Teleportationsnetz? Ach, irgendwie so. Nee, drehen. Junge Dame, drehen. Jetzt. Hallo, Sensei. Band? Band? Ein kurzes Hallo. Hi, Artur. Hallo, hallo. Ich grüße Sie. Warte. Warte, 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 hier. Ich möchte das die ganze Zeit immer allein wach. Verantwortet keiner. Okay. Genau. Wie hat mir das gefehlt? Ah, Tupo. Oh Gott. Das ist der Lieblingsspupi. Ich verstehe nur Bahnhof. Wie? Du verstehst nur Bahnhof? Bäh, Spitzohren. Mein Zwergenbier trinkt. Vielen, 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 vielen lieben Dank für den Resub. 25 Monate oder Tier 2 WTF. Danke, 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 danke. Auf meinem Screen bist du nackt. Ja. War ich auch erst, als ich eingeloggt war. Ich war nackt. Ich musste re-loggen. Huch. Hey, krass. Warte, warte. Och. Alt Z. Oh nein, ich wollte ein Foto machen. Ich will doch nur ein Foto machen. Ich will nur ein Foto machen. Ach, Mann, ey. Spielverderber. Ich war Fotokammer machen. Oh. So aussieht, ich gerade die... Ups, die ist für die Zacke drin gehabt. Oh, danke. Level ab. Dankeschön. Du rennt gerne freizügig rum in der Wildnis. Ja, ich mag es, wenn die Brennnesseln und die Dieseln so schön in die Fußsohlen reinzwicken. Und ich Ausschlag kriege. Das sieht ja richtig nice aus. Alter Finne. Bin weg. Arturo rennt weg. Nee, der hat's nix für mich. Einen schönen roten Ausschlag hast an den Waden. Weil du durch irgendwelches Gestrüpp gelatscht bist. Hmm. Ja, ich musste re-loggen. Weil, ähm, das Spiel irgendwie buggy war. Ich hatte keinen Ton und ich war nackt. So, dann hab ich re-re-log gemacht, ne? Alles gut, ging auch. Und dann habe ich die ganze Zeit das Intro gehört. Also, wir haben Konen sprechen hören. Und ich konnte das nicht abbrechen, denn ich war schon im Spiel. Ich hab dann einfach gewartet, bis das aufhört und dann hab ich jetzt weitergespielt. Total buggy. Ich hab das Gefühl, die machen heute auch irgendwie Update-Tag oder sowas. Genau wie Lotro. Da war grad ein Kristall mit drin. Da auch. Ja. Kristalle. Ich musste kurz weg. Hab ich was verpasst? Äh, nö. Ich hab grad nur erklärt, dass ich, äh, dass ich re-loggen musste. Und dass ich, äh, keinen Ton hatte, als ich eingeloggt hab. Und dass ich, ähm, auch nackt war. Und es ging nichts. Also musste ich das Spiel neu starten. Das hat sehr lange geladen. Und dann habe ich, als ich so wie jetzt hier stand, ja, so hier mit der jungen Dame, hier so stand ich. Und dann lief die ganze Zeit das Intro. Konen hat gesprochen. Konen hatte uns befreit. Aber ich konnte nichts abbrechen. Also, ich hab auch kein Intro mehr gesehen. Das ist ganz komisch. Ich weiß nicht wieso, aber, ja. Ich dachte grad, ich hätte irgendwie Riesenfußstapfen gehört oder so. Oder sowas, aber nein. Wie schaut's denn aus? Ich bin, ach du, kacke. 99 Prozent. Na, dann lege ich doch mal bitte das Eisen ab. Fashionist hat heute geupdatet. Musste Server restarten. Um 18.30. Ah, und dann gab es Stromausfall. Alles klar. Das passt ja zeitlich. Obwohl, der hab ich schon... Ich hab mich kurz vor sieben eingeloggt. Ach ja, wie ist. Oh, das kann rein. Hm. Und die Barren kommen da erst noch raus. Die ist leer. Leer! Da hab ich das drinnen. Ein paar Krabbelkäfers. Ach so, warte mal. Da war doch noch... Leer. So. Kastalle. Steine. Und hier ist noch Fleisch. Dafür brauchte ich aber diese Rinde. Die ist nicht hier. Da. Wir haben ein neues Clan-Mitglied. Glückglüht. Ich hab mal Tiere hoch. Ähm, was? Hab mal da ein paar Tiere hoch. Ich hab zu viel in der Basis. Zu viele Tiere? Ich seh schon, hier ist ordentlich... Hier liegt ordentlich Viehzeug rum. Ach so, hier war der Dreier. Ach da, gu-guke mal. Ja, warte mal. Da brauch ich doch nur sieben. Hier. Acht. Wie, was für ein Sau-Wetter. Wir haben einen Goldscheißer? Was? Wie? Wer ist denn den gefunden? Ich will auch einen. Ah, das hört automatisch auf. Sehr gut. Hast du jemanden, der Goldscheißt? Goldsch heißt? Wie darf ich mir das vorstellen? Ich packe hier überall mal ein bisschen Rinde rein. So. Fürs nächste Mal ist das... Ich speise das jetzt auch da rein. Und dann... ...wollte ich mal gucken gehen. Und zwar... Ich weiß nicht, ob ich in das Lager da kann. Ich geh mal zu dem Turm da hoch. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, ob ich da ankomme oder gleich von dort vertrieben werde. So Kopf ab und so. Man kann die Steindinger beziehungsweise deren Jungen mit Gold füttern. Und dann können sie zu Goldnasen werden und die kacken dann Gold. Echt? Diese Steinnashörner, die wir da mal gekillt haben. Das ist ja geil. Hehehe, das ist geil. Wow. Okay. Upsa. Daneben. Daneben. Ja, ja, ja. Wieso darfst du dreimal zustechen? Ich nicht. Oh. Ein Mietze Katze. Harden and Steel Bastard Sword. Fellhandschuhe. Stahlabhäutemesser. Ich hab Eisen. Her damit. Nois. Gesundheits- Nee, Rüstungsdurchdringung. 8%. 33. Ja, okay. Ja, die Gold ist schon geiler. Die ist leider geiler. Ups. Ist das ein Händler? Und ich habe nichts mit... Ich kann ihn nicht mitnehmen. Eine Künstlerin. Ah, okay. Ein Kellner. Ich hoffe, ich werde einen riesen Korb aufrücken. Nachschubmaterialien. Er enthält verschiedene Grundmaterialien. Behör damit. Wie liegt sie denn da? Was ist das denn? Das geht nicht. Stahlbaren, weiße Kerzen und Knochenmehl. Ich muss öfter irgendwie hier so Typis ausrauben und töten. Okay, 8, 7. Hab ich noch da. Wüstenwach. Da ist noch einer. Nicht die Achtkinder. Und da hat die Brüder ab. Nee. Irgendwie noch ein bisschen vollheilen. Sicherheits-Cyber. Sicherheits-Cyber. Okay. Okay. Nee. Nein, die hat bloß noch 2 HP. Komm schon. Kristall-Stahl-Bahren-Eisenkopf-Falde. Und eine Wasser-Kugel. Dankeschön. Und eine super tolle Kiste. Knochen-Eisenkopf-Falde. Knochen, Eisenbahren, Holzi-Holz. Ach, ich nehme alles mit. Was soll der Geiz? Her damit. Guck mal, ich komme da rein. Was ist das für Schwefel? Schwefel. Servierplatte. Feuersteinpfeile. Hm. Pfeile kannst du behalten. Serving-Flagron. Ein Becher. Cool. Gas war gut. Ich habe nicht mal einen Tisch, um irgendeine Servierplatte draufzustellen. Liegt die immer noch rum. Huch. Was? Wenn du was willst, frag. Okay. Ja, wenn du was wissen willst, frag. Ja. Mach ich, mach ich, mach ich. Mach ich, Red Kali, mach ich. Was für ein krasser Blitz gerade. Ich würde am liebsten zu Hause sitzen, eingekuschelt in eine Decke auf der Couch. Ach nee, ich habe ja nicht mal eine. Nicht mal eine Couch. So, hier ist viel schöner. Weiß schon, warum die Katze drinnen liegt. Ich glaube, wir müssen irgendwann anbauen. Hilft alles nix. Hm. Okay. Okay. Blanz, äh, was ist das hier? Fellhandschuh, Ausdauer, mittelschwere Rüstung. Ausrüsten. Oh. Nordheimer Rüstungsset ausrüsten. Traklass plus 15. Du kannst auch umbauen oder abreißen, was du möchtest. Abreißen eher nicht. Also, umbauen, ja. Ich würde gerne auf jeden Fall ein bisschen bauen üben. Sehr gerne. Oh, da hängt ein Bild. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ähm. Weil ich mich damit ja noch nicht so wirklich auseinandergesetzt habe. Und das auch nicht gemacht habe bisher. Das würde ich sehr gerne. Mach. Hier irgendwas, was da rein kann. Nee. So wirklich. Ach, sag sowas nicht. Das ist gar nicht alles kaputt. Ist ja nichts Großartiges, äh, hin, ist ja nichts Großartiges hingebaut hier oben. Ja, noch nicht. Das wird noch. Mach's mal ab, bis ich fertig bin. Du wirst es nicht wiedererkennen. Ob das jetzt so positiv ist, weiß ich nicht. Ähm. Benutzen. Bärenfell und Alchemistische Grundzutatsatz Grundsubstanz Eine Mixtur zur Erhöhung der Wirksamkeit von Tränken Oh. 250 Mal Entstruppelige Pelz eines Bären Du wirst das erste Lager nicht wiedererkennen. Das glaube ich dir. Es ist wahrscheinlich auch kein Lager mehr. Es ist irgendwie eine Festung. Tausend Palisaden ringsrum oder sowas. Was packe ich hier rein? Das. Was war hier drin? Pflanzen. Kornmehl. Befehl. Alchemistische Zutat. Vault Paläste sind größer. Echt. Er kennt sich halt auch aus. Ihr könnt alle bauen. Und wisst, was so geht. Ich nicht. Noch nicht. Bin gespannt. Mal die Knochen da mit rein. Dann hatte ich hier noch Fell. Fell, Fell. Und das ist irgendwas zum Abbauen. Das klingt ganz bestialisch da draußen. So. Und hier vorne kommt die Einrichtungskiste eher so. Oh, das und das und das und das. War das hier nicht hier drüben irgendwo? Da habe ich ihn eben gerade noch diesen Kopf gesehen. Da. Ja. Ja. Und da sind noch Barren. Voll übersehen, ey. Und dann sind ich. Und, äh, warte mal. So. Das. Jut. Besser. Viel besser. Kann das gar nicht reparieren. Das kann ich reparieren. Das nicht. Ein Punkt zu vergeben. Bissen. Neun Punkte. Stahlwerkzeuge. Aufzüge. Wo ist denn? Hier. Eisenwerkzeuge. Stahlwerkzeuge. Ich kann die doch schon bauen. Aber ich kann das nicht reparieren. Ah. Ah. Danke. Hab's gefunden. Werbe. Hm. Flüssigkeitspresse. Antilopen. Gazellen. Gehege. Das machen wir mal. So. Kann ich noch hier vorne irgendwas freischalten? Ich hab nur noch zwei Punkte erst mal. Nope. Könnte Aufzüge machen. Luken. Luken. Einfache Lukentür. Ich weiß gar nicht, ob ich Luken jetzt so dringend bräuchte. Eher Türen an sich. Wenn ich noch eine Etage höher möchte, möchte ich eigentlich nicht durch Luken laufen. Speere. Stumpfe Speere. Das klingt irgendwie richtig brutal. So ein stumpfer Speer. Alter, die Schilde. Ohohoho. Epische Schilde. Das sieht ja geil aus. Illusionist. Sule plus bauen? Nee, gar nicht wahr. In der alten Base sind haufenweise Waffen an den Wänden, wenn du was brauchst. Echt? Äh, noch nicht. Also noch geht's mir echt gut mit dem Streitkolben und diesem Zweihandschwert. Ich glaub, eins werd ich demnächst ablegen, damit ich wieder Platz unten hab. Guck groß grad mal durch, was ich so... Fünf Punkte brauch das. Nase krillt. Gavelos. Hi. Einen guten Abend. Möbelmacher. Chop, chop, Figuren. Chop, chop. Ich bin bei einem Lörg. Ich schau auf dem Sofa weiter. Platzgerechte Schilde. Alles klar. Dankeschön. Dankeschön, Herr Arturo. Und hallo, Garvelos. Grüß dich. Hochland-Präparator. Mehr geht hier nicht. Okay. Ich mach erstmal... Ich mach einfach mal weiter. Teppich... Ja, Teppiche könnten wir hier auch mal, ne? Ah. Gute Besserung. Ja, auf jeden Fall. Gute Besserung. Also, wenn ich jetzt... Da rausgehen ist nicht wirklich, weil die Teddybären liegen hier. Und hier ist der Hang. Man könnte ja auf jeden Fall... Huch. Ups. Wollte nicht klicken. Hier lang bauen. Hier lang bauen. Und hier lang. Das wäre am einfachsten, denke ich. Die können wir jetzt nicht bauen. Ich hab mir hier so schöne Fleisch... Fleischhalter hingesetzt. Oder hier lang. Dann ist der Anbau so ein bisschen... Egal. So. Ähm. Ich glaub, ich setz erstmal... Ich hol erstmal Steine, bevor ich hier irgendwas anfange. Ich werd erstmal probieren, ob ich das überhaupt so machen kann, wie ich mir das grad vorstelle. Ich glaub, so viele Steine hab ich da auch gar nicht mit 800. Das könnte... ...unter Umständen eng werden. Gebäudeteil kopieren. Baumodus verlassen. Platzieren. Ich möchte aber... ...das gar nicht bauen. Wie war das? Ich muss erstmal ein Fundament bauen, ne? Ja, so. Achso, wir brauchen Holz. Natürlich! Achso, wir brauchen noch ganz viel mehr. Da kann ich zum Toch. Da war auch noch Holz. Ach, ja. So. Tür zu. Hammer in die Hand. Hammer, Hammer. Ich würde gern hier erstmal erweitern. Abbrechen. Entfernen. Entfernen. Frage, ob das dann geht, wenn ich das entferne. Die Ecke da. Wir haben eine Zweitreligion. Ich wusste gar nicht, dass wir eine erste haben. Wir haben eine Erstreligion. Oh, warte mal. Was haben wir denn die hier? Hackel. Pick up. Äh, was? Ne, die da. Oh. Äh. Du bist nackt. Wieso kommst du nackt? Mir. Du bist nackig. Bei ihm gerade hat das Weser was angehabt. Na, egal. Wieso kann ich denn diese Fackel nicht in die Hand nehmen? Ich will die nicht kaputt machen. Ach, jetzt. Jetzt habe ich sie in der Hand. Ist egal. Ne, Holztür nicht. Das. Das. So. Und dann. Muss ich da noch irgendwas machen, wenn ihr noch eine Zweitreligion habt? Bei mir habe ich die Rüstung an und du bist nackt. Ist bestimmt heute Fashionlist Update schuld. Ey, wie diese Wachs, was schon zustande kommt, ist einfach, ist mir ein Rätsel, ey. Ich verstehe es nicht. Äh. Äh. Da möchte ich gerne was mit Fenster hin. Wir haben einen zweiten Altar. Ah, okay. Alles klar. Oder kann man hier rausgucken? Ja. Das tut's einem nicht viel, aber egal. So. Außenrand. 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 Oh. Ist überall Fenster drin. Äh. Huch. Das war so nicht geplant. So. Und. Ich weiß nicht, ob hier die Tür bleibt. Dann müssten wir jetzt hier eine Säule setzen. Vorsicht, Cyber, ich setze die mal da hin. Ja.